hallo zusammen und herzlich willkommen zu merlin place breakout ja wir versuchen weiter auszubrechen aus unserer diorite hülle und ja immer mal ein bisschen gearbeitet ein bisschen gravel durch gesiebt und so weiter und so fort und ich kann nicht was sagen so geil dieser block auch ist es gibt nichts schlimmeres als diesen hebel zu drehen man sieht nicht was passiert es passiert gefühlt einfach nur gar nichts man steht der stunde da und dreht den hebel und machen auch noch kaputt er ernsthaft jetzt ernsthaft ernsthaft naja egal der war nicht so teuer machen wir neuen aber es gibt wirklich nichts schlimmeres ja leider werden wir wohl aktuell davon nicht wegkommen ich habe jetzt mal den gold generator und das sieve darüber gebaut aber schon mal ein bisschen was reingeschmissen und das und da werden wir jetzt auch gleich mal ein bisschen was brauchen wir brauchen die beiden materialien denn wir haben ja noch zwei quests offen und einmal brauchen wir natürlich auch wieder zwei stück wo haben wir es denn hingeballert da sind so erst einmal die ist da weg genau dann schauen wir kurz mal ins quest book und dann geht schon wieder weiter wir haben einmal red handed als ich versehentlich redstone in ein barrel voll mit lava reingepackt habe ist ein komischer roter stein entstanden ich wundere mich ob ich in klein haben und dann 7 kann wie andere blöcke probieren wir es einfach aus ich denke schon sonst wird es nicht dastehen wir brauchen 12 netherrack sprich wir brauchen 12 lava das sollte klappen genau einfach immer rüber rein raus ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig aber dadurch dass dieser erfolg war wollte es jetzt nicht auf screen machen ich denke das sollte eigentlich relativ schnell geschafft sein jetzt haben wir schon die hälfte und es ist definitiv besser als eine stunde lang den grindstone rein stand genau den grindstone zu drehen das ist wirklich keine schöne arbeit kann ich nur bestätigen so und das war jetzt auch schon das letzte oder jawohl nein ist es nicht wir müssen das ganze ja noch klein hämmen wenn ich es richtig verstanden habe jawohl die kompressen können wir den jetzt anscheinend nicht oder können wir den kompressen schauen wir einfach kurz nach wir können den kompressen die frage ist kann ich dann auch abbauen mit dem steinhammer mein ding level boot ok dann würde ich sagen machen wir uns dadurch den einfacheren weg die machen wir so klein genau da ok das geht relativ schnell das ist schon mal sehr schön und das dauert ein kleines bisschen länger aber jawohl ok dann sollte man eigentlich die question erfüllt haben jawohl detect claim da bekommen noch zwölf mehr wunderbar und jetzt ist die frage was machen wir mit dem guten zeug durch ein sieb und da bekommen redstone und gold und clauston naja ok besser als nichts würde ich sagen aber ich denke nicht dass ich das per hand machen will deswegen werden wir das ganze wieder automatisch machen und dann schauen wir gleich einmal in die nächste quest rein vorher trinken wir noch einen kurzen schluck karotten saft lecker das haben wir gemacht wir brauchen acht endstern ok das sind zum glück plus acht was steht denn da nach meinen experimenten mit dem nachdem meine experimente mit dem roten stein erfolgreich waren probiere ich jetzt mit anderen materialien etwas von dem leuchtenden pulver auf lava zu tunken macht einen recht komischen stein die produkte die ich aus diesem stein bekomme sind auch komisch genauer kann ich jetzt nicht übersetzen behaupten jetzt einfach mal dass das richtig war so ok also da jetzt acht stück das ist nummer 234 genau und dann schmeißt man das wahrscheinlich weil ich weiß jetzt gar nicht ja doch das war auch krascht geht da muss man das quasi auch noch mal kurz durch kraschen durch die frage ob man nicht vielleicht einfach einen mehr macht denn dann könnte man das ganze komprimieren ich denke sollte zumindest klappen alles andere kann man ja auch komprimieren genau das zeug kommt weg einmal kommen auch weg schauen wir vorsicht selber noch mal kurz nach er hat es akzeptiert das ist schon mal sehr schön die frage ist kammer jawohl kammer danke genau da brauchen wir zum kompress thema wunderbar und dann sollte man auch schon den erfolg gleich bekommen da müssen wir die tag drücken jetzt haben wir unter bekommen noch zwölf krascht in stone jawohl oder geht's das schaut nach dem nächsten erfolg aus also ich denke es so kommen aus der nächsten schicht raus ich weiß gar nicht was jetzt genau kommt ob jetzt dann crossroads kommt genau momentan sind wir ja bei getting going genau das ist ja so allgemeine ich weiß nicht ob da noch mal crossroads kommt und hier bin ja da bin ich gespannt also norden süden osten und westen da können wir uns dann anscheinend aussuchen ich weiß nicht gehen da bloß 1 von 4 oder kann ich alle 4 keine ahnung wie das genau abläuft auf jeden fall haben wir dann thermal expansion botania in der eu und oder actually additions muss man schauen welchen weg dass man einschlagen falls man das auswählen muss wenn nicht dann werden wir sowieso alles einfach machen aber jetzt würde ich sagen die frage ist soll man jetzt nur automatisieren schauen wir mal was roter sand ist vielleicht ist der die rote farbe des granits ein zeichen was es enthält aber dieser stein ist so hart ich brauche einen hammer der stärker ist denn als der normale stein haben wir um ihn klein zu brechen okay schauen wir mal danke jetzt haben wir jetzt den quest erfolg bekommen auch gut red sand wie bekommen wir den red sand okay es ist ja schon da gestanden mit granit aber was brauchen wir denn dafür haben wir dafür meinen level minus 10 ok ok wie ja ich bin mal gespannt was dabei rauskommt was meinen level minus 10 bedeutet die frage ist wenn ich jetzt da einen hin platzieren können dann immer weg bauen und platzieren vielleicht irgendwo hin wo man nicht im notfall in wägen geht ok das hat schon mal nicht funktioniert aber ich kann zumindest abbauen komprimieren denke ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht können nein geht auch nicht aber ich habe irgendwo genau dann ein eisenhammer vielleicht funktioniert der ah ja ok mit dem eisenhammer funktioniert das ganze sehr schön es ist nur die frage wie viel brauche von dem zeug wir brauchen sechs stück es war zu viel egal es geht ja zum glück relativ schnell genau dann sollte man eigentlich den nächsten erfolgsspieler haben wunderbar wir bekommen noch jede menge roten sand warum auch immer was bekommen wir da draus eisen eisen oh ja eisen nehme ich gern ich habe zwar keine lust ist wieder durch den grindstern durch zum jagen aber warum nicht immer her damit ok dann schmeißen wir das wieder raus die kann ich eigentlich auch momentan rausschmeißen die sind zwar schneller aber ich würde erst einmal das aufbrauchen wir haben ja jetzt nicht unendlich ja eigentlich schon ok war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt aber ich denke wir machen weiter mit der automatisierung da genau und ich möchte hier den hammer her bauen dass der die steine von da bekommt dann leiten wir das gravel zeug da rein und von dort möchte ich das dann rausleiten auf diese seite wo wir dann unser drawer system aufbauen genau dann schauen wir doch kurz einmal ins questbuch wie es weitergeht mir wird das schon stecken da aber egal nicht jetzt erst einmal den auto hammer ok während ich alles powere könnte ich mir auch eine pause von dem ganzen gehämmere gönnen auch wenn ich vermutlich zu wenig power habe für das ganze zumindest jetzt noch ok sprich wir brauchen einen auto hammer dann schauen wir mal kurz wie wir den kraften können tippen wir einfach mal kurz ein auto hammer das war glaube ich der erste genau ui ok bevor jetzt das komplette eisen verballern würde ich fast sogar eher schauen dass wir die zwei diamanten bekommen enderdust ah das könnte man sogar bekommen haben da schauen wir jetzt einmal kurz nach jawoll wir haben den enderdust bekommen nice wunderbar können wir gleich mal den roten sand da reinschmeißen sprich wir könnten mit zwei von dem und den 16 die ich schon mal gesiebt habe zwei diamanten herstellen das ist doch wunderbar jawoll haben wir zwei dias und ich glaube das war sogar der andere erfolg oder täuscht mich das nein das ist genau das richtige wunderbar bekommen wir sogar noch an dir schauen wir mal kurz was da steht ich habe meinen sieben kleine stücke von industrial diamonds gefunden die ich gut verwenden muss aber wenn ich sie übersetzt jetzt einfach mal grob sinnvoll verwenden will muss ich sie irgendwie wieder zusammen kleben nichts das ich bis jetzt gefunden habe ist klebt stark genug um den hohen stress zu widerstehen aber vielleicht kann ich dem diamanten beibringen sich an eine zeit zu erinnern und an einen ort wo er zusammengehalten hat einige der teile die ich von den sieben vom endstone vom gesiebten endstone bekommen habe verhalten sich ziemlich komisch genau das war diese sogenannte ender dass der bringt den diamond nugget wieder dazu zu denken ein diamant zu sein irgendwie so zumindest keine ahnung egal auf jeden fall das wichtige ist wir haben diamonds genau dann würde ich sagen kraft muss noch mal kurz den diamond hammer okay das eisen ist glaube es ist denn das hardened stone bricks unhardened stone ei 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 haben wir ein bisserl sand haben wir ein bisserl stein haben wir ein bisserl eisen was war es noch clay war noch in der mitte genau ähm wie haben wir das jetzt gefunden so zack 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 ok ich weiß jetzt nicht wie viel das wir brauchen ja man einfach mal ein bisschen was und fertig und dann schauen wir einfach ob man noch mehr von dem zeug brauchen genau den diamant ja den können wir da wieder reinschmeißen genauso wie das ganze andere zeug das brauchen wir noch könnte man vielleicht ein bisserl beschleunigen das ganze indem wir es aufteilen wunderbar genau dann brauchen wir noch zwei eisen die haben wir eh schon im inventar dann könnte man theoretisch eigentlich das schon mal ein bisschen aufbauen sprich genau wir packen den daher ich hoffe dass man das oben rausziehen kann sonst wäre das ganze ein bisschen doof genau und jetzt brauche ich nur irgendwas wo ich ein bisserl rauf steigen kann denn wir müssen das ganze jetzt oben wieder rausziehen nehmen wir einfach wieder unseren gravel und stacken uns ein bisserl hoch wunderbar einmal noch sehr schön genau das ganze ziehen wir jetzt da oben raus ich würde sogar noch eins runter gehen kann ich da hin ja da komme ich schön hin wunderbar und da machen wir unseren drawer controller her jetzt habe ich natürlich intelligenterweise das jetzt bin ich runter gesprungen ich muss nämlich noch einmal oben drauf und muss den servo natürlich logischerweise noch anbringen die frage ist klappt das so jawohl wunderbar genau und der zieht jetzt das ganze zeug dann oben raus und packt es in den drawer controller genau da müssen wir natürlich das ganze noch sinnvoll aufbauen ja die frage ist was ist jetzt das sinnvoll ich würde sagen bauen wir es einmal irgendwie auf dann genau da kommt auch schon das erste zeug oben raus sehr schön okay das ist eisen das würde ich jetzt gleich einmal da her vorne einspeichern ich denke da brauchen wir es am meisten und wie angekündigt auch das ganze absperren was habe ich denn gemacht ich bin schon wieder völlig verwirrt ich habe den stein durchgebraten genau da müssen wir den stein immer so zusammen kraften okay ich denke ich brauche ein kleines bisschen mehr von dem ganzen zeug ich brauche quasi noch dreimal zu viel habe ich das richtig ich denke das müsste stimmen so ich hoffe dass das stimmt so ich weiß es ehrlich gesagt nicht probieren wir es einfach aus schauen wir was dabei rauskommt aber das ganze dauert jetzt leider ein bisschen zu lange deswegen würde ich sagen dann machen wir einfach mal einen kurzen cut ich lasse das durch schmelzen und dann sehen wir uns gleich wieder okay während das zeug im ofen weiter durchbrennt habe ich noch gesehen wir haben noch ein weiterer quest auf der allgemeinen seite und zwar brauchen wir noch genau vier basic draws 2 x 2 dann würde ich sagen wenn wir da gravel oder so dann bekommen wir ja einiges raus würde ich sagen machen wir das doch einfach mal kurz und dann können wir unser system gleich erweitern okay ich sehe der ofen ist auch schon wieder durch wunderbar nein das wollte ich nicht ich wollte kisten kraften genau das müsste eigentlich wenn man nicht alles täuscht so funktionieren genau da bekommen wir schon die vier stück wunderbar da muss noch einen kurzen moment hoffentlich bis wir den erfolg bekommen nein ja doch jawoll genau da bekommen wir sogar noch mal vier extra sehr schön wunderbar okay das wird ein bisschen komplizierter das würde ich sagen vertagen wir jetzt gerade erst einmal und die frage ist wo bauen wir die am besten hin ja es ist nicht schön was ich jetzt da hin baue aber ich will jetzt da will ich es eigentlich jetzt nicht rein haben muss das sein das ist nervig danke so okay dann probieren wir es nochmal mit shift das stimmt aber auch nicht ja es wird gehört du willst mich so ein kleines bisschen ärgern habe ich das Gefühl und zwar ein kleines bisschen zu viel meinem geschmack nach aber naja werden wir es schon schaffen okay und jawohl wunderbar so genau und jetzt ich hoffe bloß ernsthaft dass ich jetzt richtig gezählt habe und dass wir jetzt genügend von dem zeug haben genau genau okay jawohl jetzt haben wir es sehr schön okay habe ich doch ausnahmsweise mal richtig mit gezählt wir haben den autohämmer wunderbar jetzt bekommen wir automatisch hoffe zumindest dass das ganze funktioniert vorausgesetzt er hätte einen hammer soll jetzt wirklich mein diamond hammer rein wollen soll jetzt wirklich mein diamond hammer rein wollen ist mir eigentlich fast ein bisserl zu krass oder funktioniert oder funktioniert braucht der keinen hammer i have a confuse ah ok ich habe ja gar keinen diamond hammer den bekomme ich doch erst ah wir haben die nächste seite freigeschaltet nice ok dafür brauchen wir aber trying harder und trying harder ist vermutlich das da ok aber wir haben den hammer ah komm es hat leider nicht gezählt ok aber da bekommen wir zumindest den diamond hammer jetzt den ich da eigentlich reinschubsen wollte ok das war zu blödsinn das war blödsinn genau aber jetzt funktioniert das ganze sehr schön ok dann haben wir das auch am laufen jawohl und wir bekommen automatisch zeug und ich habe es nicht abgesperrt schon wieder komplett verplant egal schmeißen wir es einfach jetzt irgendwo rein und gut ist hm ich darf das ganze natürlich jetzt nicht stoppen da ist kein kohle mehr drin ach menno und das kann ich leider auch nicht mit k komprimieren schade 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 machen wir es so wunderbar äh das wollte ich gar nicht ich wollte eigentlich die kohle so reinschmeißen naja egal ok jawohl das system steht das einzige problem was ich jetzt noch hab ich muss den ganzen Schrott noch klein grinden bin ich ehrlich gesagt nicht allzu begeistert Packaging ja gut ich schaffe jetzt momentan auch so ich würde fast sagen wir gehen drawing harder sogar meine brose pickaxe ist nicht stark genug für diesen harten weißen Stein ich denke ich muss einige meiner diamanten meiner schwer verdienten diamanten opfern und einiges an obsidian um eine wirklich gehärtete pickaxe zu craften ja und da mache ich mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen denn so viele diamanten habe ich gar nicht gehabt was war das war das obsidian pickaxe oder was war es das genau obsidian pickaxe ok schauen wir doch mal ob wir das ganze machen können ich habe nämlich die befürchtung wir haben wir haben da zu wenig diamanten dafür ja wir brauchen 3 dias wir brauchen 3 dias dafür und Inva und Alu und ich habe leider gar nichts mehr ok da haben wir wirklich nicht viel denke ich das können wir da rein machen kannst du bitte mehr aufhören das da rein zu stopfen ich muss die 2 leider offen lassen denn sonst kommt nichts mehr nach was neu ist das wäre ein bisschen problematisch aber ja Obsidian haben wir genügend Eisen sollte eigentlich auch passen aber Diamanten haben wir ein Problem dann habe ich da eine ziemlich starke Befürchtung dass ich da jede Menge durchsieben muss genauso wie Inva da haben wir auch 3 Stück wir brauchen nochmal 2 Portionen bekommt man jeweils 3 Stück raus denn ich habe ja gesehen wir brauchen die Big Metal Bar das ist Aluminium sollte man genug haben und jeweils 3 Inva ok eine Ladung brauchen wir noch eine Ladung brauchen wir noch was war jetzt Inva schnell wieder habe ich schon wieder vergessen Iron und Nickel ich denke die können wir einfach so mal schnell durch pulverisieren das sollte gleich vorbei sein aber ja wie gesagt momentan ja es zieht sich alles ein bisschen es ist alles ein bisschen langweilig es ist ok aber es ist langweilig das machen wir gerade ein bisschen zu schaffen weil ich einfach nichts machen kann was ein bisschen interessanter wäre bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig als Offscreen ja weiter zu basteln sage ich jetzt einmal wo haben wir denn das Alu machen wir zumindest einmal die Rods fertig 1 2 1 2 1 2 1 2 und 1 2 3 jawoll dann haben wir das erste Teil fertig und dann müssen wir einfach nur noch kurz abwarten bis das durchgeschmolzen ist das kann weg das kann weg und dann bleibt mir eigentlich nur noch Diamanten zu sieben es passiert zwar jetzt Offscreen was heißt Offscreen Offscreen ist vielleicht nicht Hallo? Danke Offscreen ist vielleicht nicht ganz richtig es passiert quasi im Hintergrund aber wie man hier sehen kann wir haben bis jetzt noch keinen Diamanten bekommen ja der Kohle Generator ist einfach zu langsam es wäre natürlich die Option einen besseren Kohle Generator zu bauen aber das wird das ganze auch nicht effektiv lösen denn wir haben dann zu wenig Kohle dafür genau da haben wir jetzt erst wieder 8 Stück bekommen ja ich denke ich werde jetzt da einfach Offscreen mal einige Zeit weiter laufen lassen bis wir die Diamanten beieinander haben und dann aber können wir wieder durch die nächste Schicht durchbrechen ok dann würde ich sagen beenden wir diese Folge hier für heute auf jeden Fall schön dass du wieder mit dabei warst ich hoffe dir hat es gefallen wie immer bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal ciao